Moira meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Planet Coaster. Ja, wenn es euch gefällt, das gerne nochmal oben da, schreibt wieder was in die Kommentare und wenn euch meine ganzen Videos gefallen können, auch sehr gerne den Kanal abonnieren. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Also was ich schon mal gar nicht so gut finde, ist, dass ich im Minus bin. Das gefällt mir gar nicht, das ist doch ein super Einstieg. Wenn man hier mal wieder nach Langem in den Park kommt und erst mal sieht, oh, jetzt habe ich wieder Geld. Soll ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Also, wir sind hier bei unserem Kreisel, Kreisverkehr, ne. Den linken Bereich haben wir jetzt schon ausgebaut, hier soll nichts anderes mehr hin. Also ich habe mir auch nochmal mein letztes Video angeguckt, da sollte wirklich nur das sein. Dass man hier nur essen und trinken kann. Und hier und hier wusste ich halt nicht, was hier hinkommt. Allerdings habe ich auch, als ich das Spiel gestartet habe, habe ich einen sehr interessanten Hinweis vom Spiel gekriegt. Und zwar, dass die Leute nur auf Fahrgeschäfte gehen, die ihren Nervenkitzel und Übelkeitstoleranzen entsprechen. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Das heißt, ich muss gar nicht allgemein gucken, okay, wie viel Nervenkitzel hat das und ist das im grünen Bereich. Sondern ich muss eigentlich nur gucken und ich glaube, das geht hier unter Gäste. Kann man hier nämlich irgendwie... Ah, ne, das kann man doch nicht angucken. Diagramme? Ne. Ach, schade. Weil ich dachte, man konnte hier irgendwie sehen, dass, ähm... Ja, wie viel die... Was deren Grenzen sind. Okay. Aber da müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Allerdings... Müssen wir erstmal neue Fahrgeschäfte irgendwie besorgen, weil mit dem hier kann es nicht weitergehen, zumal das immer noch viel zu voll ist. Deswegen machen wir das direkt mal teurer. Wir stellen das mal auf 20... 20,50? Nein. 20,50 vielleicht. Und das hier ist zu teuer, oha. Okay, dann machen wir mal 8 Testes halber. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, was man noch für Fahrgeschäfte bauen kann. Das haben wir nicht. Wild Blue, ne, haben wir schon. Ö, ö, ö. Loop da Loop, was bist denn du? Was ist das? Ah, so eine Schiffsschaukel, ne? Könnte sein. Ich glaube, das ist so eine Schiffsschaukel. Ja, ne, sowas mag ich nicht. Eigentlich dürfte ich dann gar keinen Park haben, weil ich mag alles nicht, aber... Oh, sowas sieht cool aus. Schön klein. Ja, ich glaube, sowas kann man hier irgendwie hinbauen. Hier so. Und dafür brauchen wir Geld. Und das haben wir nicht. 13 Leute haben hier schon eingekauft. Mensch. Vielleicht ist es dann zu teuer. Dann machen wir mal 7. Was ist das denn? Mond, Staub, Vanille-Eis, Sonnen... Sonnen... Was? Sonnen-Eruptions-Erdbeer-Eis, Kometen-Schweif, Tutti-Frutti-Eis und grüner Schleim-Mince-Eis. Nein. Okay, interessante Kombi. Ähm... Ja. Hotdog. Wie viele haben hier eingekauft? 12. Das ist vielleicht auch dann... Ich mach das mal alles günstiger. Hier 10 und 6. Das gibt es... Auf welchem Freizeitpark... Oder auf welchem Freizeitpark... Warte. Äh... In welchem Freizeitpark kauft man denn Hotdog für 12 Euro? Äh... Dollar haben wir ja. Aber, ne? Einige Läden sind sehr überlaufen. Ja. Das stimmt. Das ist eigentlich auch total geschäftsschädigend. Weil der gleiche Laden steht ja hier hinten. Und der bietet das ja zu einem anderen Preis an. Fällt mir grad auf. Warte mal. Dann machen wir hier mal den Haken rein. Ja. Das kann man nicht überall mal machen. Dass das überall gleich viel kostet. So. Jetzt müssen hier die Preise auch anders sein. Korrekt? Jo. Okay. Dann, äh... Den besuchen auch zu viele. Ja, das stimmt. Und Essen. Ihr habt das Gefühl, die haben nicht so Bock auf Essen, ne? Also ja, doch. Hier der Burgerladen. Der geht ganz gut. Aber... Irgendwie der Rest hier hinten überhaupt nicht. Vielleicht müsste man andere Sachen erforschen. Doch dafür brauch ich Geld. Und das hab ich nicht. Hier irgendwie so ein... Ein Laden mal hier. Tiki-Tiki. Nur dafür brauch ich halt Geld. Ich mach mal die Zeit einfach schneller und lass mal laufen. Dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Was sagt ihr? Hier ist zu teuer? Ja. Alles klar. Dann machen wir... 19,50. Für wie hatte ich's? 19 hatte ich's am Anfang, ne? Warum drück ich den immer aufs Minus? So. Und 8. Okay, ja. Dann probieren wir mal 9. Glaube wirklich die einzige Möglichkeit, grad irgendwie Geld einzunehmen, ist mit meinem Eintritt. Vielleicht muss ich den Eintritt einfach... Hä? Das Standard-Ticket hat einen total hohen Preis. Woll ich verarschen? 2 Dollar. Ja, okay. Dann mach ich halt 51 Cent. Aber gratis kommt hier niemand. Das ist hier überhaupt nicht ein. Ich würd's grad teurer machen. Dann heulen hier die Ersten rum. Ja, nee. Zu teuer. So, hier mal gucken. Rennt ihr rein? Kommt an. Kommt an. Kommt an. Und die Nächsten? Den auch heulen. Das Erste, was sie denken, sie kommen rein... Kommt in den Park rein. Das Erste, was er sagt, so lang war die nicht. Und? Jetzt ist es leider weg, aber grad eben sagt er dann auch noch... Ja, ich wünsche, ihr gebt mir Wagenkäfte, Alter. Ich überlege gerade. Vielleicht ist das total dumm, dass ich die ganz vorne hinstelle. Wenn ich den erst machen würde und dann die Läden dahinter kommen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Es sah aus, als wäre voll... Ach, Leute. Dann heult doch nie rum, dass es zu teuer ist. Okay, wartet. Wir machen das anders. Wir schließen das. Und dann baue ich hier eine längere Warteschlange hin. Ja, wieder neu dekorieren. Ja, aber ich glaube, das ist das Beste. Weil wenn ich hier die ganze Zeit mit dem Preis rumspiele, dann heulen sie bei einem Cent mehr dann wieder rum. Ja, nee, zu teuer bin ich nicht. Nur habe ich kein Geld dafür, um die Warteschlange länger zu bauen. Dann muss ich das hier halt einmal einen Ticken teurer machen. Und jetzt einmal auf Pause drücken und dann diese Warteschlange entfernen. Das macht natürlich auch Sinn, ne? Ich verkaufe einen Weg, aber verliebe... Ach, komm. Wirklich nicht. Ja, okay. Dann müssen wir das jetzt öffnen. Und wenn das jetzt wieder keinen Profit bringt, dann müssen wir halt wirklich auf ein... Ja, okay, doch. Es bringt Profit. Aber dann müssen wir wirklich auf einen Kredit zurückgreifen. Das heißt, dass ich wirklich auf diese Frage schifte. Wenn ich die nicht habe, dann bin ich direkt pleite oder so. Jetzt ist wieder zu treu. Alter, Leute. Entscheidet euch doch. Och, 19,50. Eintritt. Vielleicht machen wir die mal wieder dick teurer. Und dann machen wir 1,50. Und ein. So, wie einer heult jetzt hier rum. Dann... Okay, das sieht aber so aus jetzt... Äh... So viel ist das Familienticket nicht wert. Okay. Dann machen wir hier noch 50 Cent. Was anderes, was ich jetzt überlege, ist, wenn ich jetzt irgendwie gleich 600 Dollar oder sowas habe. Oder 800, wie wir ja einmal kurz hatten. Wenn ich dann Pause drücke und einfach den Weg abreiße. Dann... Ach, das ist natürlich auch wieder typisch, dass ich jetzt Minus mache. Wenn ich gerade davon rede, dass ich mehr Geld will, aber... So, hier ist hier mit Preis. Preis gut, Preis nicht gut. Sieht nicht so aus, als würden sie sich besperren. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt ist es ein Schnitt. Alter, Leute. Entscheidet euch bitte. Noch teurer. 12 Dollar. Hallo. Nein, nicht 10 Euro. 12. 12. So. So, wie ist es hier bei den Läden? Was geht hier ab? Wollen wir so mal. Nach Chief Beef muss ich mal. Nein! Hat ein technisches Problem. Techniker unterwegs. Ja bitte. Mach hinne. Sonst bin ich pleite und nusch's deinen Job lohnen. Äääh! Okay, wieder repariert. Jetzt will ich wieder Geld haben, bitte. Hier. Jetzt ist... Ne. Es ist immer noch zu günstig. Nur wird jetzt die Warteschlange halt voller... Ja, 15. Vielleicht kann ich auch mal hier... Ähm... Bei dem sagen sie mal, es ist voll, ne? Ja. Dann mache ich hier mal maximal... Minimal 10. Und maximal 50. Und das gleiche kann ich hier auch mal irgendwie machen. Aber hier ist es ja nicht so doll. Dann mache ich mal 20 und 80. Weil ich muss das ja irgendwie entzehren. Weil die einzigen Anlaufstellen, die die haben, ist, wenn sie... Warte mal, das ist eigentlich... Okay, ne. Weil meine Vermutung war gerade, dass wenn sie auf dem Fahrgeschäft waren, weil die Eingänge ja direkt vorne am Eingang sind, dass sie dann rausgehen und direkt abhauen. Vielleicht ist das auch so ein Problem, ne? Puh, ich weiß nicht. Was ich aber weiß, dass es sich immer noch Minus macht. Wie läuft es hier hinten bei euch? Nicht gut. Ihr macht nur Minus. 58 Verkäufe, 38, 48 und 218. Der hier lohnt sich. Die wollen, glaube ich, echt einfach nur was zu trinken haben. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache hier? Ja, vorstellt sich so eine Ladenmarke. Das zieht mal zwar ein bisschen Geld, aber dann kriegen die ein bisschen Abwechslung, was Trinken angeht. Weil ich glaube momentan halt wirklich nur das, ne? Ich glaube, was anderes zu trinken gibt es gerade gar nicht. Gibt nur Gusmico. Klingt wie Russisch. Es ist denen einfach zu voll. Jetzt wird es zwar ein bisschen weniger. Ich glaube wirklich, weil der Preis zu niedrig ist. Dann mache ich mal 17. Weil irgendwie muss ich ja das so hinbekommen, dass die nicht sagen, ja, nee, ist zu voll. Und das kriege ich eigentlich nur hin. Oh, schade. Und das kriege ich eigentlich nur hin, wenn ich sage, nee, soll bitte ein bisschen teurer. Weil dann rollen die nicht rum. Weil dann gehen weniger, also automatisch weniger drauf. Dann astronomisch sieht voll aus. Okay, ich glaube, jetzt ist es zu teuer den meisten. Aber es wird weniger. Meine Sorge ist nur gleich, dass wenn die 27% jetzt hier weg sind, dass dann gleich irgendwie 80% geht. Ja, nee, ist zu teuer wie nie. So, Leute. Und dann würde ich sagen, war es das mit der Folge Planet Coaster. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.